Please hold for a very important message. Ein paar Minuten kennen, blamieren sich schon auf die Knochen, wo ich so denke, Girls, Boys, what is happening? Ich glaube, heute sind es eher die Girls, ne? Ja, Pamela, Pamela ist wieder da. Werde mal zu Hause geblieben. Süße, was machst du? Ich habe mir hier auf eine rosa Karte drei Sachen aufgeschrieben, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ne? Ganz aufgeregt, genau. Und zwar, erste Sache ist, schön, dass ihr da seid. Erzählt mal, wie war euer Wochenende so? Was habt ihr getrieben? Hm, wie ist die Gefühlslage? Wie geht es euch? Heute ist das Vorgeplänkel so fürs Herz etwas länger wieder. Aber das haben wir auch nötig gehabt, weil ich glaube, die letzten Male war das nicht so lang, oder? Ich weiß es nicht. Erste Sache, die wirklich, wirklich verrückt ist. Der Podcast, liebe Leute. Der neue, ultimative Trash-TV-Podcast meets Psychologie. Trashologie, den ich mit meiner wundervollen Psychokollegin Pia Karbic hoste, ist auf Platz 8 der deutschen Podcast-Charts. Einfach mal auf Platz 8. Ich sterbe. Ich bin sprachlos. Ich bin richtig speechless. Ich bin so, so unfassbar dankbar, dass ihr einschaltet, dass ihr euch den anhört, dass ihr den bewertet, dass ihr mich wissen lasst, wie ihr den findet. Ich bin einfach richtig, richtig glücklich. Und ich kann euch sagen, die nächsten drei Folgen sind auch schon im Kasten und werden euch jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen jeden Donnerstag beglücken. Falls ihr noch nicht reingehört habt, hier ist der Link. Da gelangt ihr direkt zum Podcast auf Spotify. Aber der ist auch überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Dann habe ich noch eine sehr, sehr freudige Nachricht mitzuteilen. Und zwar immer, wenn ich Schnuffelhasen getroffen habe, war das eine tolle Begegnung. Das kann ich anders gar nicht sagen. Und ich habe jetzt eine kleine Sache zu verkünden. Und zwar bin ich nächsten Samstag in München auf einem Event eingeladen. Ich will noch nicht sagen, auf welchem. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn wir uns beide rausputzen. Ja, genau. Ich suche noch eine Begleitung. Es fängt an um 19 Uhr. Am besten wäre, wir treffen uns vielleicht schon um 17 Uhr und lernen uns kennen und nehmen einen Drink zusammen. Und dann begleitest du mich auf das Event. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ich werde in den nächsten zwei, drei Tagen auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig meine DMs lesen. Ja, dann suche ich mir einen Schnuffelhasen aus. Männisch oder weiblich ist mir egal. Hauptsache heiß. Nein, wirklich. Ich freue mich, einen oder einen von euch kennenzulernen. Und wenn ihr Bock habt und wenn ihr am Samstag in München seid, dann sagt ihr Bescheid. Nur, dass hier das Datum klar ist. Wir haben ja heute Sonntag, den 5. Und es geht um Samstag, den 11. Ja. Und ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, wer gerne möchte, ob jemand möchte. Genau. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen. Es ist auch schon wieder eine sehr, sehr glückliche Situation. Und zwar habe ich ja wirklich ganz, ganz viele positive Nachrichten. Und die weiß ich alle super zu schätzen. Und ich bin so glücklich. Und die menschliche Psyche ist ja immer darauf ausgelegt, eher so auf die negativen Sachen zu gucken. Das passiert jetzt gerade nicht. Trotzdem muss ich das einmal kurz ernennen. Einfach ernennen. Benennen. Einfach, weil ich das wichtig finde, dass ich das jetzt ja einmal verbalisiert habe. Weil ich hatte in meinem Leben auch solche Freunde. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie schlimm es ist, so etwas zu empfangen. Und wie schön es ist, wenn man so etwas aus seinem Leben rausräumt. Und zwar gibt es eine, ich glaube, es ist eine Zuschauerin. Die hinterlässt jetzt irgendwie schon dreimal unter einem Video so die Nachricht. Hey, du musst jetzt mal endlich aufhören, über deinen Ex zu reden und an den zu denken. Wo ich mir so denke, das ist aber spannend, dass du denkst, du wüsstest, was ich machen muss. Da muss ich sagen, das hätte mich früher vielleicht beeindruckt, auch von Freunden, die sowas gesagt hätten. Ich habe momentan keine Freunde, die so etwas sagen, weil die einfach cool sind. Und weil das auch in meinen Augen eine richtig, richtig dumme Aussage ist. Das tut mir wirklich leid, dass ich das so sage. Und ich möchte wirklich alle irgendwie ermutigen, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich glaube, jetzt, also ich habe mich ja im März getrennt, ne? März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Ich, neun Monate sind vergangen. Halleluja, ey. Ich wäre, glaube ich, jetzt nach neun Monaten nicht über ihn hinweg, wenn ich mir nicht jedes Mal die Zeit genommen hätte, mit meinen Freunden nochmal drüber zu reden. Und noch eine Runde und noch eine Runde. Und meine Freunde waren immer da und haben mir zugehört. Und ihr wart immer da und habt mir zugehört. Und das ist wichtig. Bei dem einen dauert es die Hälfte der Zeit, die man zusammen war. Das ist so irgendwie so ein durchschnittlicher Wert. So bei uns waren es zwei Jahre. Also wäre ich so mit zwölf Monaten gut dabei gewesen. Aber bei manchen dauert es auch einfach länger. Und mein jüngster Erfolg hat sich gestern und heute ereignet. Und das war für mich nochmal so nochmal eine zusätzliche Bestätigung, wo ich so dachte, wow, Sunny, du bist über den Berg, ne? Du bist über den Berg. Und zwar habe ich mich gestern mit zwei Freundinnen getroffen und war demnach auf dem Weg in die Schanze, ne? Hier in die Hamburger Schanze zu Fuß. Und drei Türen neben mir wohnt ein Freund von ihm. Wäre er damals, als wir uns kennengelernt haben in der Nacht, nicht auf der Einweihungsparty dieses Freundes gewesen, dann wäre er mir auf der Dating-App nicht angezeigt worden. Das bedeutet, dieser Freund insbesondere ist irgendwie so eine besondere Figur in unserer gesamten Geschichte. Und da bin ich halt vorbeigegangen. Da gehe ich täglich fünfmal manchmal vorbei. Und dann kam da eine Freundin von ihm aufgetakelt, wollte gerade dieses Haus betreten. Und sie erkannte mich und war so, hey, na? Ich habe sie nicht immer wirklich sehr, sehr doll gemocht, während ich mit ihm zusammen war, weil ich glaube, sie hat mit mir so ein bisschen um ihn konkurriert. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass ich vorletztes Jahr mit ihm nicht reingefeiert habe, in seinen Geburtstag. Er hat natürlich mitgemacht. Aber dann kam auf jeden Fall diese Erinnerung hoch. Und dann haben wir uns gegrüßt. Und sie meinte, oh, wie schön, dich zu sehen. Und ich meinte auch so, auch voll schön, dich zu sehen. Na, gibt es noch was zu feiern? Und sie so, ja, der und der hat Geburtstag. Und ich so, hey, viel Spaß euch. Und dann habe ich mich umgedreht und habe erwartet, okay, was kommt jetzt? Ist dein Abend jetzt gelaufen? Katapultiert dich das irgendwie zurück? Schwächst du an irgendwelchen alten Erinnerungen? Und dann habe ich nur so gedacht, nee, mich überkam wirklich so eine Freude, weil ich einfach so glücklich darüber war, dass da nichts an Sehnsucht oder Trauer war, sondern ich war vielmehr einfach beflügelt, weil dem nicht so war, weil ich wäre überhaupt nicht gerne auf diesem Geburtstag gewesen. Ich erinnere mich noch, wie wir letztes Jahr auf diesem Geburtstag waren. Das war schrecklich. Dann habe ich hier heute den Tag gestartet, war hier zu Hause und so. Und dann schreibt mir ein Kumpel, der gestern von Madrid nach Hamburg geflogen ist, dass er im gleichen Flieger wie mein Ex saß. Und dann war so der zweite Check. Und ich so, passiert jetzt was? Und ich so, nee, auf gar keinen Fall. Weil das hat mich dann wiederum daran erinnert, dass er ja alle zwei Monate nach Spanien geflogen ist und ich niemals mit durfte. Und dann dachte ich mir auch noch so, ey, mein nächster Partner, wenn ich wieder einen Menschen in mein Leben lasse, der wird sich freuen über jedes Mal, wenn ich mit ihm irgendwo hinfahren möchte. Ja, und andersrum genauso. Und der wird mich nicht irgendwie wegschieben und sagen, nee, das geht nicht, du passt da nicht jetzt hin, ich fahre jetzt alleine. Und das ist so ein richtig, richtig schönes Wochenende, was das angeht, weil es mir einfach zeigt, wow, es war schön und gut, dass du dir immer die Zeit genommen hast und den Mut über deine Ängste, über deine Schmerzen und so zu sprechen, weil du hast dem Raum gegeben und jetzt ist es davongezogen. Und das kann ich euch auch allen nur empfehlen, dass ihr euch da wirklich nicht irritieren von irgendwelchen Menschen, die euch sagen möchten, wie lange das bei euch zu dauern hat. Ich werde noch in fünf Monaten, wenn mich irgendwas bewegt um ihn herum, werde ich darüber reden. Und nicht nur mit euch, sondern auch mit meinen Freunden. Das ist einfach so. Und alle anderen, die glauben, sie müssten da irgendwie irgendeine Zeitspanne respektieren oder whatsoever. Das tut mir sehr, sehr leid für euch. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mit Bachelor in Paradise. Folge 1, ihr Süßen. Falls du neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Und natürlich geht dies nur, wenn du kein stiller Zuschauer bist und die Glocke aktivierst. Also, lasst uns anfangen. Wunderschön. Ich bin mir so sicher, dass ich mich hier verlieben kann. Sie war jedes Mal so enthusiastisch. Bei jeder Datingshow, bei der sie war. Und wenn du das dann nicht mehr brauchst, was machst du dann? Wo findest du dann statt? Hi, ich bin der Amir. Ich bin quasi der Underdog aus der Schweiz. Grüezi wohl miteinander. Grüezi wohl miteinander. Also, der Amir ist lecker. Aber der Amir ist auch so Frischfleisch für uns. Deswegen finden wir ihn, glaube ich, noch mal zusätzlich lecker. Amir, es tut mir wirklich vor Herzen leid. Wie bitte? Hat er da jetzt gewonnen, oder was hat sie ihm da gerade verkündet? Wie findest du bis jetzt ist eine Anziehung da? Ah, kann ich da entwickeln mehr? Aber ich gehe. Direkt auf Attacken. Ja, Maus, ihr habt gerade zwei, drei Sätze miteinander gesprochen und dann direkt so, und wie findest du die Anziehung zwischen uns? Das riecht für mich nach ganz viel Unsicherheit auch, ne? Ich weiß, dass ich geil bin. Full Option, sozusagen. Also, genau. Sozusagen ist das Schlüsselzusatzwort, weil sie denkt, das ist das komplette Gegenteil über sich. So, das ist so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Sie meint, wenn sie uns erzählt, dass sie die Geilste ist, dann glauben wir ihr auch, dass sie glaubt, dass sie die Geilste ist. Aber nein. Ich bin schon der Traum von jedermann. Ich kann einfach alle haben. Was hast du vorher genommen? Wer hat dir das eingeredet, dass du das sagen sollst? Von jedem Mann. Wow. Hi, ich bin Pamela, 26, und ich habe um das Herz von Bachelor David gekämpft. Na gut, ne? Also, du warst in der ersten Runde K.O. So lange gekämpft um ihn, hast du nicht. Ich habe noch nie einen Korb bekommen. Noch nie. Noch nie. Stell mal vor, 26 Jahre. Ich schwöre, die haben ihr hoffentlich einen Taui extra geboten, damit sie diese Scheiße sagt. Also, wenn euch einer so eine Kacke erzählt, dann dreht dich um und geht. Sie hat noch nie einen Korb bekommen. Genau. Aber im Fernsehen war sie zweimal und hat zweimal schon einen bekommen, oder was? Mein Traummann, classy, aber so einen Touch asozial. Ja, so eine kleine Brise asozial, ein bisschen classy, ein bisschen reich. Egal, wie ihr das Geld macht. Also, zu 100% passen wird es nie, aber irgendwie auf jeden Fall nah da rankommen. Also, so 99,9999 Periode Durchfallprozent. Übereinstimmung wäre super. Machst du Sport? Ja, du? Ja, ich mache Thai-Boxen. Ach, geil. Lieben wir. Lieben wir. Dann kannst du mich mal vermöbeln oder so. Oder warum findet sie das so geil? Weil ich lasse immer meine Aggression raus beim Sport, weißt du? Also, bist du sehr impulsiv? Ja, voll. Echt? Richtig. Richtig geil. Dann können wir uns gegenseitig verkloppen. Ja, hier haben wir einen Schaukisch. Da will ich meinen ersten Kuss haben. Sie ist halt so richtig so Disney, ne? Aber so, richtig doll. Noch viel doller, als wir alle zusammen. Hier soll mein erster Kuss stattfinden und dann bleiben wir für immer zusammen. Ihr habt hier mal wieder den All-Inclusive-Steffen sitzen. Ey, Steffen, wie machst du das? Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wie viele Flugmeilen hast du eigentlich? Letztens war es noch bei Iso One. Ich habe gar keine Pause von dir. Der ist ja nonstop im TV, ne? Hört das dann auch mal langsam auf? Man kennt mich von der Bachelorette. Ich bin bei der Sharon gewesen. Ja, man kennt dich nicht nur von der Bachelorette. Man kennt dich von Iso One. Man kennt dich von hier. Man kennt dich von überall. Ich bin die Layla, 27 und ich war bei der diesjährigen Staffel der Bachelor. Ich bin froh, dass sie da ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig froh, dass sie da ist. Sie sieht immer aus. Mein nächster Freund soll mein Mann werden. No pressure, ne? Aber ich weiß, was ich will. Welchen Mann würde ich dir auch vernaschen? Also, die ist auch lustig, vor allem. Ey, man sieht das nicht, ne? Also, sie sieht zwar lustig aus, aber sie ist auch lustig. Ich würde die auch vernaschen, glaube ich, wenn ich ein Mann wäre. Aber ich bin zum Glück keiner. Ich bin halt eigentlich ein Bauernmädchen. Ich habe früher mit Pferdescheiße gespielt. Okay, das erklärt einiges. Ich habe Pferdefutter gegessen. Ich habe ein Heu gespielt. Schatz, sagt es am besten nicht im ersten Date, ne? Ich weiß gar nicht, was ich denken soll, wenn du mir das erzählst. Was soll mir das jetzt über dich sagen? Ich habe Hundekacke gegessen. Ich bin knackig, ich bin sexy. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der das auch erwidern kann. Okay. Ja. Na gut. Hat der nicht irgendwie noch Herzschmerz, weil er seine Traumfrau nicht erobern konnte? Wenn ich nicht ins Paradies reingehöre, wäre dann... Also, die wären wirklich dumm, wenn sie nicht dabei hätten. Weil so viele psychische Probleme vor laufender Kamera ganz natürlich auszuleben, ist einfach Goldfett fürs TV, ne? Ich sag dir ehrlich, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin ab und zu mal etwas sprunghaft. Ah, okay, dann wusste die... Wie hieß nochmal seine Perle? Wie hieß nochmal seine... Jennifer, ne? Dann hatte Jennifer ja eine gute Intuition, oder? Sex gehört ja auch so zum täglichen Brot. Ja, ich wünschte... Wo lebt er denn? Täglich Brot? Hallo, nicht zu schüchtern. Grüßt euch. Grüßt euch. Grüßt euch doch mal erstmal gegenseitig, okay? Ich bin der Daniel, ich komme aus Paderborn. Und man kennt mich von der Bachelorette Melissa. Ja, oder auch nicht. Ich habe das nicht gesehen. Du hast richtig gute Laune mitgebracht, ne? Ja, ich denke, mich werden viele Leute nicht mehr erkennen, weil ich wieder Haare auf dem Kopf habe. Ich habe mir die transplantieren lassen. Ich sage ganz ehrlich, mit der Glatze kam ich irgendwie besser an. Krass, ne? Da denkt man, man muss irgendeinem Schönheitsideal nacheifern und am Ende kommt man viel besser an, ohne Haare auf den Kopf, ne? Das Problem war, wie ja bestimmt bei dir auch, wir sind halt voll früh zusammengekommen. Da waren wir ja gefühlt noch Kinder. Und ja, der hat mich halt auch betrogen am Ende und jetzt auch meine Freundin geheiratet. OMG. Du redest von einem ihrer Ex-Freunde. Das ist ja Murphy's Law. Dass ihr euch erstmal aus den Augen verliert und dass ihr dann noch deine Freundin heiratet. Warst du auf der Hochzeit und bist du noch gut mit der? Guck mal, ich mag nicht so dieses so Toxische, aber wenn ich streite, will ich auch richtig streiten. So richtig Bollywood-Style, ne? Bollywood? Wie streitet man in Bollywood? So, tanzt sie dann, wenn sie sauer auf ihn ist? Oder ja, also ich hätte gerne Streit, weißt du, so richtig Herzschmerz, aber nicht toxik. Es muss so eine richtige Mischung sein, weißt du? Ich hab jetzt schon einen Crush, ne? Ich kann eigentlich mit dem schon raus fliegen. Mit wem? Ja, auch mir. Sie meint es halt ernst, ne? Die Mäuse haben sich auch gefunden. Die sind so, ich glaub, die sind so ein bisschen so, wie, ich darf's gar nicht sagen, aber meine Psychologin und ich haben das so ein bisschen herausgearbeitet. Wir sind so, wir haben eine Idee, was wir wollen, aber wer dann der Protagonist ist, ist eigentlich erstmal sekundär. Ja, deswegen verlieben wir uns auch ganz schnell in die Idee, ne? Wir treffen einen und wir können mit dem reden und sind so, you're my man. Ja, vom Typ Mann her ist er schon mein Typ, aber er könnte noch ein bisschen reifer aussehen, so. Weil er sieht noch eher aus wie ein Bubi. Ja, also bei ihm sind die Ladies nicht direkt heiß, ne? Ja, was finden die ist bei ihm zu nett? Ich glaube, der sieht gar nicht Bubimäßig aus, sondern der ist einfach nicht so toxisch, ne? Der weiß irgendwie, was er will, der hat was im Kopf und so, und das finden die alle super langweilig. Weil wie ein Bubi sieht er nicht aus. Was ist denn Ameisen? Ja, die können halt auch auf mich Pipi machen. Die Ameisen, ne? Sie hat sich gerade erschrocken, weil da Ameisen krabbeln. Und dann hat er sich gedacht, weißt du was? Ich erzähl dir mal was. Also ist ja nicht so, dass ich das in der Tour hier nicht könnte, aber... Egal, lass... Lass mir das mal so schicken. Er dachte, er tönt sie damit an, dass sie ihr halt erzählt, er würde sie gerne anpissen, ne? Also, ganz ehrlich, manche stehen drauf und dann wäre das ja auch ein Jackpot gewesen. Aber ich weiß nicht, ob sie so eine Kandidatin ist. Ich würde mir eigentlich wünschen, ich komme rein und er sagt, wow, die will ich, die will ich kennenlernen und hält sich nicht noch andere Sachen offen. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Genau, ja, ja, träum mal weiter. Bei Bachelor in Paradise, ne? Ja, genau. Also, ihr Vorspann war auf jeden Fall sehr viel versprechen. Sie hat in ihrer Staffel sehr viel geweint, war so eine Selbstverheiflerin und so. Mittlerweile hat sie ein Kind bekommen und ich bin gespannt, was passiert, weil ich glaube, das Drama um sie wird richtig groß sein, weil einer, der noch nie in seinem Leben verliebt war, hat bei ihr angebissen und sie ist, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig und wird dann richtig auf die Schnauze fliegen. Das sagt mein Venus-Hügel mir. Ey, sag mal, können wir noch mal ein bisschen mehr... Also, du redest hier gerade mit mir und wünschst dir gerade mehr Männer rein. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Ich glaube, sie hat sich da nur mit dir hingesetzt, einfach für so ein bisschen Sendezeit und so, aber Interesse an dir hat sie null, ne? Michael hat auch wunderschöne Augen, also die sind so blau, das sah schon so fast bearbeitet aus. Ich dachte, es ist ein KI-Programm, der quasi vor mir steht, also die haben sehr geglänzt. Ja, sie ist bestimmt nicht echt. Oder sie hat den Filter mit dabei, ne? Mittlerweile kannst du ja Filter auch mitnehmen, so, dann sieht niemals jemand, wie du wirklich aussiehst. Ich sag dir aber auch ehrlich, mein Instinkt liegt immer richtig auf Temperament und Feuer und das ist halt gegeben. Aber magst du aggressiv? Also, magst du auch richtig Schläge? Ich brech dir vielleicht die Nase oder du kriegst ein blaues Auge von mir. Magst du das auch? Bist du dir sicher? Ich bin ruhig, also ich bin gechillt eigentlich, aber wenn mich irgendwas nervt, run. Ja. Ja, okay, nee, das wollte ich jetzt auch nicht, ne? So, dann lieber nicht, oder? Und sie will auch gar nicht dran arbeiten, ne? Siehst du, ich bin halt einfach so, ne? Ich mag das voll. So, Leute. Ach, was? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Aber wir sind da. Hi, Khan. Wie geht's dir? Ich kenn dich gar nicht. Ja? Lernst du bald kennen? Nice. Oh Gott, sie denkt jetzt. Oh mein Gott. Also, sie ist einfach unangenehm, ne? Sie ist richtig, richtig unangenehm. Sie denkt jetzt, das war flirten. Sie hat ihn vorher halt gestalkt und so, ne? Sie weiß, wer er ist. Er ist ihr Wunschkandidat. Und sie so, hi, Khan. Dich kenn ich gar nicht. Wie geht's dir? Wie war die Zeit? Gut? Mhm. Gut? Mhm. Schau euch in die Augen. Ich kann nicht. Was ist denn mit ihr? Ist sie so ein Fangirl? Hat sie so ein Poster von ihm über der Kloschlüssel hängen, oder? Sie war echt aufgeregt. Wenn ich jetzt so nah war, konnte er mir auch gar nicht in die Augen gucken. Direkt so Abtörner, ne? Also für so einen Jäger wie ihn, und das ist er ja, ist das ein absoluter Abtörner. Ja, Adrian ist mein Typ. Ja. Ja. Der ist richtig mein Typ, ne? Und ich hab ihn auch verfolgt in seiner Bachelorette-Staffel. Und ich muss sagen, der ist einfach toll, ne? Innerlich wie äußerlich. Stay toxic. Ich hab von dir gehört. Ja? Ich wusste nicht, wer ist das? Wer ist das? Alle so kahn, kahn. Ich so, hä? Mann, das ist so unangenehm. Süßer. Bist du zwölf oder was? Ist dir nicht schon irgendwie 27 oder so? Das erinnert mich wirklich an ganz, ganz früher. Ich kann mich kaum dran erinnern. Ich kenn dich gar nicht. Alle meinten so kahn und so. Ich kenn dich gar nicht so kran. Du siehst echt in Ordnung aus. Was heißt in Ordnung? Gut. Danke, nehm ich gerne an. Das ist auch so richtig, sie versucht gerade so ihr schlechtes Selbstwertgefühl über ihn zu regulieren. Du siehst echt in Ordnung aus. Ja, sie will ihn so ein bisschen abwerten. Sie weiß genau, dass das nicht nett ist. Ich sag dir ehrlich, aber unter uns, eigentlich kenn ich dich. Okay. Eigentlich hab ich mir die gewünscht. Echt? Sie hat gesagt, ich kenn dich nicht. Nach 10 Minuten. Ich weiß, wer du bist. Ich würde halt laufen, ne? Ich wäre so, sag mal, wie psycho bist du eigentlich? Ich glaube halt, Blond kommt halt schon immer besser an, ne? Toll! Oh, die beiden, ne? Also Bex ist sowieso, glaube ich, die schlimmste Selbstzweiflerin auf dieser Welt. Und bei ihr, ne, bin ich nach wie vor der Meinung, sie zieht sich dann mit diesen Gedanken ihre Realität an. Erster Tag, sie ist direkt oben auf dem Balkon und dann so, ich glaube, ich hab die falsche Haarfarbe, ne? Jetzt hab ich irgendwie abgenommen und so, aber bringt trotzdem nichts, weil Blond war ausverkauft. Ich hab jetzt so braun bekommen. Erzähl mal, woher kommst du? Ich komm aus Freiburg, und du? Aus Duisburg. Ich weiß. Sie merkt das gar nicht, ne? Sie denkt, das ist lustig oder so, ne? Ich schwöre, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der sich so benehmen würde, ich wäre sofort desinteressiert. Ich wäre direkt so, kann ich hier weggehen? Security! Security! Also die Pam, glaube ich, die ist schon eine Tasche? Ja, und das ist für ihn so langweilig wie, das ist so, als würdest du mich ihm servieren. Er wäre direkt so, n-n, ist okay. Ich bleib heute lieber alleine. Was sagst du so zu den Frauen? Wo sagst du so, optisch ist so dein Fall? Du bist mir schon so ins Auge. Das musst du jetzt nicht sagen, weil ich neben dir sitze. Nee, ohne Witz. Oh nein, sie ist so, oh Gott, das ist so nett, das kann gar nicht ernst gemeint sein. Echt, ich? Nein, das musst du jetzt nicht sagen. Du kannst mir ruhig sagen, dass du mich hässlich findest. Ist du wirklich? Ich wirke gar nicht selbstbewusst, ja, ist kein Problem. Als ich dich so gesehen habe, ich denke mir so, Maschallah, von Gott gesegnet. Aber dann freut sie sich, ne? Dann geht die Sonne auf in ihr, ne? Dann ist sie so, oh mein, er hat wirklich was Nettes gesagt. Ich kann es gar nicht glauben. Wen hoffst du dir noch? Kann ich nicht sagen. Doch, kannst du schon sagen. Also ich erhoffe mir eigentlich Melissa. Mhm. Frag, äh, stell keine Fragen, auf die du keine Antwort hören willst, ne? Das ist für so eine Selbstzweiflerin wie sie ja der Tod. Siehst du, oh, hm, Melissa, also, ich hasse Melissa. Ich mag ja eher, von Typfrau her, ne reife Frau. Also verliebt hat er sich noch nie in eine, aber so rein von der Idee her, wenn er sich was aussuchen müsste, reife Frauen. Am besten mit Kind, weil dann kann man für zwei denken. Hat schon jemand mit Kind? Nicht oft, aber ab und zu. Genau, ob ich sprunghaft bin oder so? Nein, ab und zu mit Kind oft nicht so, weißt du, wie ich meine. Was heißt denn ab und zu? Was ist denn für dich ab und zu? Also man lernt ja generell Frauen kennen. Genau, vor allem, wenn du so wie er noch nie in einer Beziehung warst und eigentlich immer nur jeder nach einem Tag sagst, du hättest eventuell jetzt Chancen, dich zu verlieben, dann knallst du sie und dann bist du wieder weg. Dann kommen da halt viele zusammen, ne? Ist halt auch für dich irgendwo anders, weil du dann auch für zwei denken musst. Genau, er denkt dann auf einmal für zwei. Also er datet einen so eine Woche lang, weil verliebt hat er sich ja noch nie und zusammen war er auch noch nie mit einer. Aber jedes Mal, wenn er einen gedatet hat, die ein Kind hatte, hat er direkt schon telepathisch eine Verbindung zum Kind gehabt und hat für zwei gedacht. So, weil das Kind selbst nicht denken kann. Man ist halt nicht eifersüchtig, aber man macht trotzdem so eine Welle. Ja, das ist super unangenehm. Sie redet über Khan. Sie so, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, also eigentlich ist ich schon, aber ich mache halt Welle, weil ich habe ihn vor drei Stunden kennengelernt und ich habe gesagt, ich bin ein verrücktes Groupie-Girl. Ja, hundertprozentig. Weil er muss ja von Anfang an wissen, wo er hingehört. Achso, er gehört jetzt zu dir, zu einer Wildfremden. Was geht da ab? Es kann natürlich sein, dass die Frau da ist, also in dem Fall ich, hoffe ich schon. Er hat dir gerade gesagt, dass er noch nie verliebt war und sie so, also es ist wie bei den Lottozahlen, ne? Es ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass ich die Erste bin, in die er sich verliebt, ne? Challenge accepted. Wo er sagt, okay, krass, auf sie habe ich immer gewartet, es kann ja wirklich sein und sich dann verliebt. Ja, wirklich, es kann aber auch sein, dass, keine Ahnung, dir eine Sternenschnuppe auf den Kopf fällt, ne? Wenn du Gassi gehst oder so. Ich werde jetzt später sehr schön schwachen, wenn ich schwache. Denkst du an mich? Ich mag schon. Ja. Er ist in meinen Augen, ne? So ein Schnacker. Ich empfehle den Ladies allen aus dem Weg zu gehen. Weg, an ihm vorbei. So wie ich, als ich meinem Ex vor zwei Wochen oder drei Wochen über den Weg gelaufen bin. Einfach an ihm vorbei. Geht einfach. Er ist so ein Schnacker. Er braucht das so doll für sein Selbstwertgefühl. Er hat an gar kein Interesse und wird er auch nicht. Also ich sage dir ehrlich, du sprichst mich schon an. Aber? Und die Franzi auch. Aber ich will auch nicht mit Gefühlen oder so spielen. Also ich werde schon frühzeitig reden. Er scheint irgendwie korrekt zu sein bislang, muss ich ganz ehrlich sagen. Er sagt beiden, dass er beide weiter kennenlernen will. Ist ja auch okay, die kennen sich seit einem Tag alle. Entspannt euch mal, ne? Und er macht das aber cool. Als ich vom Gespräch mit Michi rausgekommen bin, bin ich da zu Pam hingegangen. Und sie hat dann schon böse geguckt. Ja, Pam hat Besitzeransprüche, ne? Die ist schon fast mit dir zusammen, hallo? Die hat dich schon ein Foto geshoppt in ihre Bilder. Du liegst bei der schon seit Monaten auf dem Nachttisch. Mach ich nur nicht aggressiv und dann wird schon. Machst du nicht aggressiv, weil sonst fängst du da gleich einen, ne? Du weißt doch, wo du hingehörst, oder? Nein, ich pass kann. Mach was so, wenn es ehrlich ist. Danke. Libido direkt tot, ne? Auch wenn er sie vorher irgendwie küssen wollte. Ab diesem Moment, wo sie Stress macht, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Oder sie kennt ihn ja, aber er sie nicht. Direkt Libido tot. Friendzone, du bist meine Schwester. Wo schnittst du? Bei dir? Ha, du kannst doch bei Dings schlafen. Und, ähm... Michi? Michi. Ich hab mal Hose für dich. Ey, warum? Wir sprechen und so. Ich glaub, mit der bist du auch den ganzen Tag am streiten. Wenn du mit der zusammen bist, bist du den ganzen Tag nur am streiten. Lass die Kinder spielen, die kommen eh wieder an. Angekrochen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie mit ihrer Freundin da sitzt, ne? Lass die Kinder wirklich spielen. Er kommt eh irgendwann angekrochen, weil er merkt, ich bin Kleopatra. Bleib cool. Ich bin cool. Du bist so verdammt cool, ne? Ich schwöre, ich kenne nichts Cooleres als dich. Es kann ja eigentlich nur schlimmer werden. Wenn's jetzt schon so ist. Das würde ich aber auch behaupten, ne? Ja, jetzt spielen die Süßen hier Flaschenrehen. Was soll man sonst machen als 30-Jähriger, ne? Und jetzt soll Leila ihren süßen Schweizer Amir, glaub ich, küssen. Und sie macht's richtig auf Ernst. Wir können aber auch mit Zunge machen, gell? Sie saugt ihm seine Gedärme aus. Bei Amir war ich gleich skeptisch, sag ich mal, ob er es wirklich ernst meint. Natürlich meint er es nicht ernst. Er kennt sich doch gar nicht. Und ja, dann kam das auch noch mit Leila. Das ist halt schade, finde ich auch, ja. Maus, aber er hat einfach nur Flaschendrähen mitgespielt, ne? Ihr kennt euch nicht und so. Alles gut. Er kann immer noch der Richtige sein. Er war auf jeden Fall nicht so gut. Er küsst nicht so gut. Scheiße, ne? Er liebt die ganze Zeit mit Michelle. Michelle, Michelle, Michelle. Stundenlang. Stört sie gar nicht. Sie steht da richtig drüber, ne? Ihre Welt dreht sich gar nicht nur um Jan. Überhaupt nicht. Ist mir eigentlich egal. Ja, ja, merken wir auch. Du bist so cool damit, wirklich. Also, juck dich gar nicht. Du hast so viele Optionen und noch nie einen Korb bekommen. Er weiß, wie er mich eifersüchtig machen kann. Vor allem, dass sie auch denkt, das ganze Universum dreht sich um sie, ne? Als wenn Jan das macht, um sie eifersüchtig zu machen. Du bist Jan komplett egal. Du hast dich einfach wie ein Reh vors Auto gelegt. Verstehst du? Den juckst du gar nicht. Der freut sich, wenn er dich mal nicht sehen muss. Wann hast du letztes Mal Sex? Letztes im Juni. Und das war nicht in Alacate. Nee, in Alacate warst du clean dann? Ja. Warst du echt clean? Ja. Oh, scho. Was heißt denn clean? Wenn man keinen Sex hatte im Urlaub, war man clean. Und wenn man Sex hatte, war man schmutzig oder was? Clean? Bist du doof oder was? Du aber nicht, ne? Nee. Ihre Antwort war dann ja in ihrem Türkei-Urlaub. Und ich hab mir so den Joke erlaubt, zu sagen, von dir hab ich ja nichts anderes erwartet, dass da was läuft. Also da müsstest du eigentlich Comedian werden, ne? Das ist ja richtig der lustige Joke. Vor allem, wenn du ihrer Freundin vorher noch sagst, ach, du warst clean. Clean ist ja sauber. So. Ist ja eher was Positives, ne? Und das Gegenteil von clean ist dirty. So. Ja, muss ich sagen, ist super frech. Also, Adrien, das kannst du dir sonst wo hinstecken, ne? Aber schön erstmal die Lady abwerten, damit du dich ein bisschen besser fühlst, ne? Die kennen mich nicht mal. Die haben manchmal Brot mit mir gebrochen. Ja, was soll's bedeuten? Nix, du hast Spaß gehabt. Du bist eine Lebefrau. Abartig. Einfach respektlos. Also muss ich sagen, stimme ich ihr zu. Vor allem, weil das Wort clean im Zusammenhang mit ihrer Freundin fiel, die in der Zeit keinen Sex hatte, ne? Das ist so das Ausschlaggebende für mich. Ansonsten kann man natürlich sagen, ja, du siehst einfach so aus, es hat so Spaß. Und dann könnte man das positiv irgendwie verbinden. Aber mit so clean, finde ich, kann man das nur so verstehen, wie Lady das versteht. Ich will gar kein Bees. Würdest du es lustig finden, wenn zwei Männer hier drin dich als Hure abstempeln? Ich stempel dich ja nicht als Hure ab. Ja, okay, stimmt. Du findest ja gut, deswegen stempel dich. Ich find doch gar nicht gut. Aber du kannst doch nicht sagen, dass sie das so nicht so gemeint haben. Ja, sie hätte sich halt gewünscht, dass ihre Freundin Baxter vielleicht für sie einspringt, ne? Und dann mal so sagt, ähm, Entschuldigung, was soll das jetzt heißen? Zu mir sagst du Bravo, du warst clean. Und zu ihr sagst, du hast auch nichts anderes erwartet. Aber Baxter hat das nicht so wahrgenommen. Warum müssen wir uns jetzt streiten direkt am ersten Abend? Hey, ich mit dir versuche normal zu reden, aber du lieber irgendwelche Schwänzen. Ich schrei dich nicht an. Bei Gott, ich schrei dich nicht an. Wenn ich dich anschreien würde, du hässliche, ne? Dann würde sich das ganz anders anhören. Du reitest irgendwelche Schwänze, oder was hat sie gerade gesagt? Ich hab dir gerade die Situation geschildert. Und was machst du wieder? Schwänzenschutz, nimm wie du es immer machst. Ja, aber die haben es ja nicht so gemeint. Doch, die haben es nicht so gemeint. Du nimmst immer auch nur Schwänzenschutz. Ich schwöre dir, wenn ich dir in dein Freundschaftsbuch schreiben müsste, ich würde schreiben, Becks, die, die immer die Schwänzenschutz nimmt. Warum machst du das? Obwohl ich immer abgestempelt werde. Schatz, du bist nicht, hör auf, bitte hör auf. Geh jetzt bitte nicht, bitte, oder tu mir den Gefallen. Wir haben uns das geschworen, wir haben uns das geschworen. Ich verstehe dich, und es ist auch scheiße, dass ihr es gesagt habt. Aber du hast es gerade nicht gesehen. Oh Mann, die süßen. Becks, dann musst du ein bisschen sensibler sein für deine Freundin. Sie will dann mit dir durch Dicke und Dünn gehen. Und dann musst du auch mal die Schwänze ausblenden. Du musst einfach merken, dass deine Freundin verletzt. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Voll schön, wie ihr wieder zueinander findet. Also Becks hat jetzt, glaube ich, gemerkt, wie ernst es Leila damit ist. Auf mein Leben, ich habe das nicht wahrgenommen, dass es dich so verletzt hat. Ja, aber schön, wie sie jetzt reagiert. Man kann ja auch streiten, das sage ich ja immer. Aber es kommt darauf an, wie man dann damit umgeht. Wenn der andere sagt, hey, da hätte ich dich so und so gebraucht. Nicht richtig schlecht. Soll ich einen Tee machen? Ehrlich? Ich weiß aber nicht, wo eine Teemaschine hier ist. Was genau ist eine Teemaschine? Was meint er mit einer Teemaschine? Wir wissen es nicht. Leute, da kommt jemand. Oh mein Gott, ich glaube, es ist Finn, oder? Wer ist das? Ja, Finn. Guck mal, hi, Finn. Hat er sich schon wieder getrennt von seiner Ollen? Was ist so, wenn du dann siehst, ich entscheide mich erst mal für Leila, wäre ich dann direkt für dich abgehackt? Nö, sie würde dann auf dich warten. Entscheide dich erst mal mit Leila, probier es einfach mal so fünf, sechs Folgen lang. Und wenn dir das dann nicht passt, dann kannst du wieder zurückkommen. Franzi wartet auf dich. Oh mein Gott, Bags. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Sie benutzt Aluminium-freies Deo. Ist zwar besser gesundheitlich, aber bei dem anderen stinkt man ganz oft, ne? Ja, jetzt durfte Khan eine Dating-Partnerin aussuchen. RTL wollte direkt ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Und er hat sich entschieden für Michelle und nicht für Pam. Und Pam hat erst mal geklatscht, aber ein paar Minuten später findet sie das gar nicht mehr lustig. Wie, er sagt mir nein und geht mit Michelle? Das kann sie gar nicht verstehen, ne? Sie so, hä? Wie kann das sein? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin sauer auf Khan und nicht auf Michelle. Weil mit Khan verbinden mich viele Jahre Beziehungen, ne? Ich kann ja nur auf meinen Partner sauer sein und nicht auf diese wildfremde, dahergelaufene. Weil Michelle juckt mich nicht. Sie ist für mich Luft, ne? Ne, aber bei allem Respekt, ne, wollte ich sagen. Sie ist einfach Luft. Dreckige Luft. Da kommt sie gar nicht mit klar, ne? Sie ist richtig so, ah, Mann, ich werde mich hier irgendjemanden umbringen. Khan ist mein Idol. Ich liebe, ich liebe Khan, ich weiß alles über ihn. Ich habe mir so oft einen gefingert auf ihn. Und jetzt geht sie. Sie ist so richtig sowieso desillusioniert, ne? Sie ist, ich kann nicht mehr atmen, ich kann gar nichts mehr. Khan, Schatz, Aschke, wir hatten ein gemeinsames Leben. Wo bist du jetzt? Ich schwöre, Kamina. Tami, das kratzt mich an meinem Ego. Genau, genau, genau. Ich verstehe das. Ich habe, ich kenne das gar nicht so. Ich wollte es nochmal sagen, ich kenne das gar nicht. Keiner hat mich jemals abgelehnt, Tami. Ich kenne das nicht. So draußen, oh mein Gott. Ich schalte es auf ihm. Da ist Khan niemanden. Genau, genau. Er ist Luft für mich draußen. Ein Khan, aber hier drinnen, andere Welt. Er ist so, draußen, wo ich ihn ja gestalkt habe und so und alles über ihn rausgefunden habe. Ist da Luft für mich? Aber hier ist da die Luft, die ich brauche zum Atmen. Wer auf so einen Typ Frau steht, ich kann den nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Warte mal ganz kurz. Siehst du, diese Freundin, die jetzt einfach nur irgendwas sagen will, damit Pam sich gut fühlt, ne? Wer auf so einen Typ Frau steht, sie ist so hässlich, ey. Dem kann man auch nicht mehr helfen. Und Pam ist so, ja genau. Ich meine, sie hat ne Tochter. Sie ist grad erst Single. Und so what? So, und wo ist jetzt da das Problem, wenn sie ne Tochter hat? Darf sie nicht mehr daten, oder was? Oh, die Glückliche. Sie ist so glücklich. Und sie auch. Beide Freundinnen haben einen gefunden. Wenn wir jetzt so weitergehen, wie wir sind, bin ich ja quasi mit im Boot. Ja, ja. Ich würde darauf, dann... Ich möchte jetzt keinen Namen mehr. Ja, es würde darauf hinauslaufen. Hinauslaufen, ja. Wie du das siehst. Er möchte halt einfach nur ihre Bestätigung bekommen. Eventuell würde er sie einmal ballern und dann würde er wieder das Interesse verlieren. Und dann wäre sein sehr, sehr stark geschwächter Körper, weil sein Selbstwertgefühl ist richtig schlecht, wieder gestärkt und genährt für ein, zwei Tage. Weil ich ja noch nie verliebt war, fühlt sich das an wie verliebt, würde ich jetzt behaupten. Also die Richtung ist schon mal gut. In eine gute Richtung. Also für mich ist er einfach nur ein Witz, ne? Nimmt er sich selbst ernst mit diesen Aussagen, jetzt mal ganz im Ernst? Für mich persönlich ist es gerade Maximum an Emotionen, würde ich sagen. Was labert der? Also du kannst dir vorstellen, dass du dich in mich verlieben würdest? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ne? Ja, ja, ich kann mir vieles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, wie ich einfach selber auf den Mond fliege, aber ohne Rakete. Ich kann mir das wirklich vorstellen, ne? Ich weiß nicht, warum du? Warum musst du immer Gegenfrage stellen? Kannst du dich einmal so überlassen? Weil du da einfach einen richtig unsicheren Typen vor dir sitzen hast, der das braucht, verstehst du? Der hat keine Ahnung, was er möchte in seinem Leben. So, der will jetzt einfach nur deine Bestätigung, verstehst du? Ähm, ich möchte auch nichts überstitzen. Wie er dann auch immer so redet, na, jetzt ist ihm das unangenehm, jetzt möchte er sie fragen, ob die heute Abend zusammen ins Bett gehen. Ich glaube, ich kann mir das recht ziehen und dich fragen, ob du eventuell vielleicht später Lust hast, dass wir zusammen jetzt, ich sag mal, einschlafen oder schlafen, hört sich jetzt. Okay, eins, aha. Aber tönt dich das an? Tönt sie das an? Jetzt mal ganz im Ernst? Dass wir in die Love-Suite oder wie das heißt? Genau, dass wir in die Love-Suite gehen und da auch ein bisschen runterkommen zusammen. Ja, genau, runterkommen zusammen, ne? Also wirklich. Also das sind so Momente, wo ich so denke, okay, ich bin auch manchmal naiv, ne? Und er verliebt mich dann in Menschen, wo andere sagen, oder ich auch später so, was hast du denn da, wo bist du denn dagegen gelaufen? Wie ist das denn passiert? Aber hier, so am ersten Tag, so ne, ähm, Clowns-Nummer. Also, ja. Okay. Okay, ja, also, okay, alles klar. Du kannst dich jetzt das erste Mal in deinem Leben verlieben. Und das ist das höchste der Gefühle, was du jemals erlebt hast. Und du möchtest jetzt mit mir in diese Bums-Suite. Alles klar, ja. Ich glaube, er meint das ernst mit mir. Ja. Wollen wir das spontan später gucken? Jede Abend ist ja noch, äh, also... Ja, okay. Okay, ja, ich frag in zehn Minuten einfach nochmal, ja? Weil ich hab mich echt in dich verliebt mittlerweile, ne? Mein Gedanke wird jetzt nicht sein, dass wir Sex haben. Aber natürlich kann man mal ein bisschen schuppern, ja? Das ist auch alles, was er möchte. Ich bitte euch. Es ist alles, was er möchte. Direkt am ersten Abend, weil er sich verliebt hat, möchte er mal schnuppern. Genau. Ich bin Melissa, ich bin 27 Jahre jung und ich war im Jahr 2020 die Bachelorette. Irgendwie finde ich das persönlich immer voll komisch, wenn die als Bachelorette dann nochmal hier reinkommen. Ist es das erste Mal, dass das passiert mit einer deutschen Bachelorette? Also ich weiß, dass eine Schweizer Bachelorette, diese Chanel, die war ja auch bei Bachelor in Paradise, ne? Und jetzt ist sie die Verführerin. Aber war vorher auch schon mal eine Bachelorette aus Deutschland, danach bei Bachelor in Paradise? Hallo. Mein Gedanke hat gesagt, sie ist es und sie war da. Für Bex ist jetzt alles vorbei, ne? Sie weiß ja, dass ihr, Adrian, sich die Melissa ins Haus gewünscht hat und jetzt ist sie da und sie gibt direkt schon auf. Sie ist so, ja, okay, er nimmt safe sie. Ich bin einfach viel zu hässlich. Wenn ich meine Traumfrau beschreibe, würde ich ein Bild von Melissa so zeigen. Hat er das nicht auch zu Jenny gesagt? Ist das so sein Standard-Repertoire? Ich glaube, ich muss kurz sehen. Maus, ja, das schlägt bei ihr richtig auf den Magen, ne? Ich kenne das. Diese Psychosomatik. Ich bin nicht gewusstet. Das hört sich nach einer selbsterfüllenden Prophezeiung an. Und nur weil sie da ist, bedeutet das ja nicht, dass für dich jetzt die Chancen weg sind. Wo ist dein Rückgrat? Wo ist dein Selbstbewusstsein? Ich bin morgen weg. Er fühlt sich hundertprozentig für sie entscheiden. Aber dann wird es auch so kommen, weißt du? Wenn das schon deine Attitude ist und das ist, woran du jetzt direkt schon glaubst, dann wird es auch genauso kommen. Also ich werde hier für nichts und niemanden kämpfen. Aber warum? Wenn er dir gefällt, ne? Warum kämpfst du dann nicht um ihn? Wenn er nicht sieht, was ich für eine Frau bin, dann ist es sein Verlust. Klar, jetzt wird es weh wahrscheinlich, aber dann ist es auch okay. Ja, ich glaube, sie will auch ein bisschen leiden, ne? Also wenn sie jetzt ab jetzt nur noch mit so einer Fresse da sitzt und dann so, nur wenn er auf mich zukommt, passiert irgendwas, dann ist der Zug halt abgefahren, weißt du? Hey, deine Gedanken mit mir. Das erwarte ich von dir. Keine Ahnung. Ja, wie? Keine Ahnung. Versuch zu erklären. Also versuch. Sie ist halt so wie so ein kleines Mädchen, ne? Sehr, sehr viel verletzt worden und so und das merkt man halt auch. So, sie weiß doch, was sie will und was sie stört und keine Ahnung. Sie ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und die ist auch bewusst, so kacke sich das auch anhört, dass ich heute, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, morgen werde ich mir auch mal Melissa packen und dann mit ihr quatschen. Ja. Und wir sind ja hier, um auch irgendwie andere Leute kennenzulernen. Also, er ist da relativ ehrlich und sie gibt ihm aber auch komplett die Machtposition, ne? Sie müsste jetzt eigentlich, würde ich jetzt mal intuitiv sagen, eigentlich auch andere Männer müssen kennenlernen. Ne? Dass sie ihm nicht das Gefühl gibt, sie wartet, bis er sich entschieden hat, weil er ist nicht der Bachelor und auch wenn er dich gerade am meisten interessiert, so, kannst du ja auch noch ein bisschen gucken und dann würde sie die Chancen erhöhen, dass die Wahl am Ende der beiden aufeinander fällt. Ich sage jetzt extra nicht, dass seine Wahl auf sie fällt, weil das würde wieder diesen Gedanken befruchten, dass er in der Machtposition ist, aber wenn sie da so sitzt, wie so ein Schluck in der Kurve und direkt schon auf Toilette drei Stunden geweint hat, verheult, rauskommt, beleidigt, dann da sitzt und so, dann hat sie den Kampf eigentlich schon verloren, so direkt zu Beginn. Oder? Also später in der Beziehung finde ich das sogar wichtig, dass man sagt und zeigt, wenn jemanden etwas verletzt und dann sollte der Partner auch darauf eingehen, aber ich finde so in dieser anfänglichen ersten Phase ist das ein bisschen zu kontraproduktiv. So als er mich jetzt ein bisschen angefasst hat und er so ein bisschen geknutzt hat, hat es sich schon schön angefühlt. Ja, sie ist mit ihm dann auch in die Suite gegangen, haben die ein bisschen Petting gemacht und so. Melissa, möchten Sie ein bisschen schnacken? Ja. Und am nächsten Tag lernt er die Melissa kennen, weil das ist eine Traumfrau und so hat er nochmal eine Chance auf eine Bachelorette. Erzähl mal, wie war deine Ankunft? Wie fühlst du dich? Bist du angekommen? Ja, schon. Aber ich finde, ihr habt euch alle so schnell, also ihr wart halt einfach direkt weg. Man hat gar nicht das Gespräch gesucht und wir sind ja hier, um uns alle kennenzulernen. Ja, aber ich dachte, du bist jetzt hier nicht mehr in so einer künstlich erstellten Atmosphäre einer Bachelorette-Staffel. Wenn die Männer müde sind oder keinen Bock auf dich haben, dann zeigen die dir das auch. Verstehst du? So, vorbei mit deiner Narzisstenshow. Ja? Das ist ja nicht mehr die Bachelorette. You know what I mean? So, liebe Leute, wir sind fertig. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und möchte euch jetzt zum Schluss nochmal daran erinnern, an die anfänglichen Themen. Und zwar schaut euch auf jeden Fall den neuen, guck mal, den kann man nicht anschauen, hört euch auf jeden Fall den neuen Podcast von mir an, Trashologie. Ja, überall, wo es Podcasts gibt. Dann meldet euch bei mir, wenn ihr mich nächste Woche Samstag in München zu einem Event begleiten möchtet und mich kennenlernen möchtet privat. Ich möchte euch gerne kennenlernen. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und kein stiller Zuschauer zu sein. Bye! Und einen schönen Wochenstart morgen, ne? Bis zum nächsten Mal.